Ja, schönen guten Tag, hallo. Ich bräuchte einen Termin bei Ihrem Spezialisten. So früh wie möglich, wenn es geht. Oh, Sie sind komplett voll die nächsten Monate. Ist ganz schwierig. Okay, okay. Ob ich gesetzlich oder privat versichert bin? Ja, ich bin privat versichert. Ach, da hat zufällig gerade jemand abgesagt. Ich kann morgen vorbeikommen. 10 Uhr. 10 Uhr ist perfekt. Alles klar, super. Bis morgen, danke. Ha, die sind ja freundlich. Vielen Dank.